Und schon wieder ist eine Woche rum. Das heißt, es gibt wieder einen neuen Film von mir. Diesmal geht es um Industriebahnen und ihre Umsetzung im Modell. Das wird ein Themenkomplex sein, der sich über mehrere Filme hinzieht. Angedacht ist es im Moment, sowohl normalspurige als auch schmalspurige Industriebahnen zu behandeln. Es werden noch Filme zu verschiedenen Spezialthemen kommen, beispielsweise Hafenbahnen, Werkanschlüsse, aber auch reine Industriebahnen. Heute geht es um ein recht spezielles Thema, und zwar die Spitzkehre mit zu kurzem Umfahrgleis. Das hört sich jetzt alles erstmal relativ wenig spektakulär an, aber wartet mal, was sich daraus für Möglichkeiten in Sachen Anlagenplanung und Spiel- bzw. Betriebsmöglichkeiten ergeben. Rangierfreunde und Modellbahner mit wenig Platz werden da voll auf ihre Kosten kommen. Und am Ende gibt es noch zwei Vorschläge, wie man Entkupplungsmechanismen im Gleis unterbringen kann. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage und macht euch eure eigenen Gedanken. Gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Thema des heutigen Filmes sind normalspurige Industriebahnen. Beziehungsweise genauer gesagt, Spitzkehren mit zu kurzem Umfahrgleis. Aber sind Industriebahnen nicht langweilig? Na klar sind sie das, für Freunde langer Züge und für Kreisfahrer. Andererseits ist eine Industriebahn ideal für Freunde kurzer und sehr kurzer Züge, für Point-to-Point-Fahrer, für Freunde von Kleiner und Kleinstlokomotiven und für Fans kompakter Gleisfiguren. Tendenziell ist so eine Industriebahn also eher was für Leute, die auf Qualität statt auf Quantität setzen. Industriebahn mit Spitzkehre und zu kurzem Umfahrgleis. Ähnlich wie bei der Modellbahn ist bei der Industriebahn Platznot immer gegeben. Allerdings gibt's bei der Industriebahn keinen Fünf-Finger-Kran, der ab und zu mal helfend eingreifen kann. Deshalb kommt es gelegentlich zu der Kombination aus zu langen Zügen und zu kurzen Umfahrgleisen bei Spitzkehren. Das Resultat daraus ist ein faszinierendes Rangiermanöver. Ich möchte schon fast sagen, es ist ein geiles Rangiermanöver. Hier eine kurze illustrierte Beschreibung des Vorgangs. Aus Westen kommt ein Zug und fährt Richtung Osten in die Spitzkehre ein. Allerdings ist der Zug zu lang, um von der Lok auf dem Umfahrgleis umfahren zu werden. Also werden die letzten Waggons abgekuppelt und die Lok zieht mit den verbleibenden Waggons ins Ausziehgleis vor. Jetzt werden die Weichen so umgestellt, dass die eben abgestellten Waggons umfahren werden können. Danach umfährt die Lok mit den verbliebenen Waggons die eben abgestellten Waggons. Jetzt werden die Weichen abermals umgestellt und die Lok zieht mit Anhang zu den eben abgestellten Waggons vor. Nun werden die vorhin abgestellten Waggons wieder an die Lok angekuppelt, allerdings auf der anderen Seite. Jetzt zieht der ganze Fahrzeugverbund Richtung Osten vor. Die Waggons westlich der Lok werden nun abgekuppelt. Und abermals zieht die Lok mit zwei Waggons auf das Ausziehgleis. Nochmal werden die Weichen umgestellt und der Zug umfährt die abgestellten Waggons. Die westliche Weiche des Umfahrgleises wird umgestellt und die Lok schiebt die Waggons wieder zusammen. Jetzt werden die vorhin abgestellten Waggons angekuppelt und der Zug kann in Richtung Westen losfahren. Da der Zug aber eben aus Westen gekommen ist, nimmt er jetzt natürlich den Abzweig nach Nordwesten. Wer sich ein vergleichbares Manöver mal in Natura angucken will, sollte sich mal den Film der letzte Sommer der Industriebahn Oldeslohe hier auf YouTube ansehen. Speziell die Passage ab 3 Minuten 25 ist sehr interessant. Da wird nämlich genau ein Rangiermanöver wie das hier beschriebene gezeigt. Der Film ist sowohl über eine Infokarte oben rechts in der Ecke als auch in der Videobeschreibung verlinkt. Industriebahn mit Spitzkehre in Spur 0, 5m x 6,80m Es ist vermutlich nicht wirklich verwunderlich, aber das eben gezeigte Rangiermanöver hat mich zu verschiedenen Anlagenplänen inspiriert. Hier ist eine Spur 0 Anlage, bei der die Spitzkehre die Verbindung zwischen zwei Anlagenebenen der Spur 0 Anlage herstellt. Da der Gesamtplan doch ein wenig unübersichtlich ist, betrachten wir zuerst die untere Ebene. Aus dem Schattenbahnhof kommen Personenzüge in Richtung des kleinen Endbahnhofs auf der unteren Ebene. Güterzüge werden auf die Gütergleise des Bahnhofs geleitet. Wobei der Güterverkehr eigentlich nur noch Rohstoffe und Waren einer kleinen Brauerei in der oberen Ebene umfasst. Es sind nur noch wenige Waggons, die auf dieser bald sterbenden Strecke noch transportiert werden. Vom Güterbereich des Bahnhofs steigt die Strecke zu einer Spitzkehre hin an. Dort findet ein Rangiermanöver statt, wie es am Anfang des Filmes beschrieben wurde. Von der Spitzkehre aus geht es hinauf zur Übergabegruppe der Brauerei. Dann kommt die Werkslog mit ein paar Kühlwagen aus der Brauerei und stellt diese auf das freie Gleis der Übergabegruppe. Nun fährt die Werkslog auf das Ausziehgleis. Die Weiche wird umgestellt und sie drückt die eben gebrachten Kühlwaggons in die Brauerei. Jetzt zieht die Bundesbahn-Lok vor auf das Gleis mit den frisch beladenen Kühlwaggons. Jetzt macht sie sich über Spitzkehre und Endbahnhof auf den Weg in den Schattenbahnhof. Und hier nochmal ein Blick auf die dreidimensionale Darstellung der Anlage aus verschiedenen Perspektiven. Leider ist mein Planungsprogramm nicht ganz optimal für die Anlagenplanung mit mehreren sichtbaren Ebenen. Industriebahn mit Spitzkehre in H0 1,50 m x 3 m Da ich ja sonst in H0 immer relativ große Anlagen plane, dachte ich diesmal, Ich plane mal was für 1,50 m x 3 m. Die typische Speisekammergröße. Die drangvolle Enge der kleinen Kammer kommt zwar bei dieser Illustration nicht richtig zur Geltung, aber die Illustration verdeutlicht zumindest, wie die Ebenenaufteilung bei dieser Anlage gedacht ist. Rechts unten in Braun ist der Bereich für den Schattenbahnhof eingezeichnet. Von da aus geht es entlang der hinteren Wand auf die linke Seite des Raumes. Die untere Ebene auf der linken Seite ist eine halbe Ebene höher als der Schattenbahnhof. Von da aus steigt wieder eine Strecke eine halbe Etage höher auf die rechte Seite des Raumes. Die Sichtebene auf der rechten Seite ist also eine ganze Etage höher als der Schattenbahnhof. Von der oberen Ebene auf der rechten Seite steigt die Strecke auf die obere Ebene der linken Seite. Da endet die Strecke dann. Nach der prinzipiellen Erläuterung der Anlagenstruktur kommen wir nun zum Gleisplan selbst. Das erste was ins Auge fällt ist der rote Punkt. Wie bei allen meiner Anlagenplänen hat er einen Durchmesser von 70 cm. Aber weil der Raum so klein ist, wirkt er eben gigantisch groß. Was ebenfalls auffällt ist, dass die Anlagenschenkel extrem schmal sind. Der obere Anlagenschenkel ist 30 cm tief. Der untere Anlagenschenkel ist größtenteils immerhin 40 cm tief. Das sorgt immerhin für eine ausgesprochen gute Erreichbarkeit. Aber beginnen wir nun die Tour über die Anlage. Aus dem Schattenbahnhof heraus fahren die Züge bis zum Endbahnhof mit dem Übergabebereich zur Industriebahn. Von diesem Übergabebereich geht es dann wieder auf den rechten Teil der Anlage. Diesmal in einem etwas größeren Bogen. Auf dem oberen Deck des rechten Anlagenteils, hier unten im Bild, befindet sich wieder eine Spitzkehre zu kurzem Umfahrgleis. Also muss auch hier wieder das aufwändige Rangiermanöver vom Anfang des Filmes zelebriert werden. Ist das geschafft, geht es noch eine halbe Etage höher auf die linke Seite. Auf der obersten Ebene ist wieder ein Gleisanschluss einer Brauerei. Diese Brauerei ist der letzte Kunde einer ehemals viel größeren Industriebahn. Zu den Dienstleistungen dieser Industriebahn gehört es mittlerweile auch, die Waggons genau dahin zu stellen, wo der Kunde sie haben will. Folglich hat der Kunde auch kein eigenes Triebfahrzeug mehr. Sind die neuen Waggons angeliefert worden, werden die alten Waggons mit runtergenommen in den Übergabebahnhof. Genau genommen ist das ja eigentlich mehr eine Übergabegruppe. Aber von da aus werden die Waggons abgeholt und in den Schattenbahnhof gebracht. Zum Abschluss werfen wir nochmal einen Blick auf die 3D-Ansicht der Anlage. Aus diesem Blickwinkel wirkt die Anlage ja schon ein bisschen wie ein römisches Amphitheater. Aber ohne eine derartige Höhenstafflung wäre so ein kleiner Raum für eine Modellbahn nicht nutzbar. Zumindest nicht in H0. Entkuppler im Eigenbau Gerade auf Modellbahnanlagen mit sehr vielen Rangierbewegungen braucht man eine möglichst zuverlässige und möglichst billige Entkupplungsmöglichkeit, um Fahrzeuge voneinander zu trennen. Aus Kosten und aus Verfügbarkeitsgründen kann es sinnvoll sein, solche Entkuppler selbst zu bauen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen man einfach nicht auf Fertigprodukte zurückgreifen kann. Beispielsweise wenn die Entkupplung in einem gebogenen Gleisstück stattfinden muss, dann hilft wirklich nur der Selbstbau. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle zwei mögliche Varianten von Selbstbauentkupplern vorgestellt. Zentrales Element des Entkupplers ist der Stempel, der im rechten Drittel der Grafik zu sehen ist. Im Gleis kann er beispielsweise als Fußgängerübergang über dieses Gleis getarnt werden. Unter diesem sichtbaren Teil ist ein möglichst schwerer Metallstift, der in einem passenden Führungsrohr läuft. Das Gewicht des Metallstifts soll dafür sorgen, dass der Stempel nach der Entkupplung wieder in die Ruheposition sinkt. Das Führungsrohr dient gleichzeitig als Anschlagsbegrenzer, damit der Stempel nicht zu weit aus dem Gleis herausgehoben wird. Letztendlich soll der Entkuppler ja entkuppeln und nicht die Fahrzeuge anheben. An dieser Stelle noch ein paar Worte zur Funktionsweise der ersten Variante des Entkupplers. Über einen Drehknopf wird eine horizontal verlaufende Achse gedreht. Auf dieser Achse sitzt eine kreisrunde, exzentrisch gelagerte Scheibe. Im Ruhezustand hängt die Scheibe quasi nach unten. Dreht man nun am Drehknopf, hier auf der linken Seite eingezeichnet, dann schiebt die Exzenterscheibe den Stempel nach oben. Dreht man den Knopf wieder zurück, sinkt auch der Stempel zurück in die Ausgangsposition. Wer den Drehknopf nicht mag, der kann den Stempel auch über eine Wippe betätigen. Ich habe das hier mal schematisch illustriert. Sowohl die Drehachse als auch der Anschlagpunkt des Führungsrohrs sind nicht an der richtigen Stelle eingezeichnet. Aber zumindest die Funktionsweise des Wipp-Mechanismus sollte aus der Illustration hervorgehen. So, das war es wieder mal für heute. Was darf es denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch. Das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich verarbeitbar sein. Und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.